So, hallo, da ist es und jetzt mache ich es auf. Achtung, jetzt geht es los, dass ich nichts verletze. Ich bin schon total gespannt. Und, also ich weiß schon, Stollen ist nicht drin. Wie geht das jetzt auf hier? Ah, so. Und nochmal. Aufpassen, dass ich mich nicht verletze. Gut, gesichert, hier auch nochmal zugeklebt und hier nochmal zugeklebt, damit ja nichts passiert. Gut, Achtung, 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 jetzt, 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 oh, da haben wir als erstes mal die Dagi. Da ging es um die Eis-Challenge. Ja, naja, das werde ich mal nachher genehmigen. Ah, ganz liebevoll eingepackt. Die zähle ich jetzt, die nehmen wir für das nächste, für das nächste Tatar-Essen. Werde ich die auflegen, die hebe ich mir auf. Mal sehen, wie viele Leute daran teilnehmen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, fünf, naja, schon gut. Und jetzt, ratatata, da, da ist der Gute, da. Oh, ein kleiner Marienkäfer ist auch noch drin, schau mal. So, Mann Schatze, jetzt muss ich dich hier auspacken. Ganz liebevoll. Lass mich schon mal gucken. Schau mal, schau mal, du bist in blauen. Jawohl, in blauen, in der Joggetauer Straße, das ist dein neues Zuhause. Da, ach, ist der möglich, ist der schön. Schau mal, wink mal, sag, ich bin gut von Woltersdorf hier angekommen, in blauen. Und ich freue mich, ich habe jetzt hier ein neues Zuhause. Danke, danke, liebe Dagi, danke, lieber Klaus. Oh, du Süßer. Ach, ist der niedlich. So, Kiste weg, Kiste geht weg. Schau, da ist er. Da ist er, der Sandmann. Jawohl. Ach, und einmal drehen, guck mal. Oder? Und detta mal. die das tauch ist, Das war, was. Hier genau nach vorne wäre. Und wir wollen das, wir meine R Sowfortfort hat.